Puh, auf jeden Fall müssen wir aufpassen, wegen den Kameras. Wahrscheinlich auch wegen den Arbeitern. Ich würde ihn gerne treffen, aber irgendwie auch nicht. Ähm. Okay. Oh, warum muss man denn... Warum mache ich etwas so Einfaches noch komplett... Ohohohoho. Ah, verdammt. Okay. Okay, das haben wir geschafft. Ah. Okay, hier müssen wir am Rand lang gehen. Mhm. Mhm, 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 mhm. Der nächste. Boah, das ist echt komisch. Oh, das ist nicht dein Ernst. Ja, war auch vielleicht meine Schuld, weil ich nicht hingeguckt habe. Okay. Nach unten ist schlecht. Die Kamera ist aus. Die arbeiten. Okay, alles klar. Let's go! Bin ich hier richtig? Ich denke... Boah, warum hakelt das denn immer so? Das ist nicht dein Ernst. Und jetzt? Ab in die Tonne. Wir kommen ja gar nicht da lang. Wartet mal. Hä? Hä? Volk plano. Wartet mal. Schw heat. Äh. B milligrams. Huh. Wір nach oben. Ach, so. Ja, okay, hab ich verstanden. Hä? Äh, Rätsel, wie ich sowas liebe. Also, dann fährt der da runter? Ich würde gerne das Rätsel nochmal neu starten. Aber wir brauchen den zweiten hier. Ah, wartet mal. Komm mal her. Ja, wo hab ich doch gewusst? So, mein Freund. Du, komm. Warte, jetzt muss ich erstmal gucken. Den lassen wir hier. Okay, alles klar. Kollege, hast du Bock? Komm mit. Komm mal her. Komm her. So. Und jetzt muss man gucken. Okay, alles klar. Kollege. Komm mal her, Junge. Ah, interessant. Ah. Oh, nein. Was passiert jetzt? Okay, es ist alles zum Stillstand gekommen. Wir haben sie. Schnell, lass uns von hier verschwinden, bevor die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine diese Batterie zurückbringen. Alles klar, das lass ich mir nicht zweimal sagen. Ciao. Achso, zu Clementine. Boah. Alter, was war das für ein lautes Geräusch? So, Clementine, wir kommen. So, wir müssen jetzt... Da war es nicht... Da mit den... Och, ne. Alter, das ist nicht dein Ernst. Mahlzeit. Ist ja zufällig ein Ausgang. Was habt ihr denn zu sagen? Ihr könnt uns den Platz klauen, aber nicht unsere Moves. Ach, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Was ist eben... Hä? Hä? Ah. Okay, alles klar. So, merken wir uns irgendwas, was auch immer. Dieser Ort ist schön. Was würde ich nicht dafür geben? Weiche Kissen zu spüren oder einen kalten Trink genießen? Dies drunter. Das war schon mal so. Das ist mein... Ja. Ja, das hat uns ja nicht wirklich weit gebracht. Mist, verdammte Kack. Wie kommen wir zu Clementine? Was? Danke, du suchst jemanden mit dem, der über Pursi blauen kann. Ich fuhre gleich hinter dem Aufzug. Okay. Da geht's doch lang. Ich seh das doch. Winke, winke, Katze hilft uns nicht. Glaubst du, der Ganover hat ein Auge auf meine Vintage-Kartensammlung geworfen? Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist zu riskant. Ich weiß nicht, was da passiert. Wir müssen auf jeden Fall nach oben. Das steht schon mal fest. Okay. Warum kann ich da nicht lang? Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Okay. Wir ruhen uns erst mal kurz aus. So, genug ausgeruht. Achso. Haha. Wartet mal. Nee, auch nicht. Ich dachte, wir können jetzt da irgendwie hoch. Aber das geht auch nicht. Da springt er auch nicht drauf. Aha. Ich weiß nicht, was die Nachbarn da unten treiben. Ich höre immer wieder Geräusche von Kreising und Hämmern. Hm. Help. Das hilft uns auch nicht weiter. Kommen wir da nicht irgendwie lang? Nee. Aber das ist da, wo wir lang müssen. Ich muss mir das nochmal von unten anschauen. Können wir hier irgendwas durchschlüpfen? Okay. Sind wir wieder auf der Straße und entfernen uns eigentlich von dem Ort, wo wir hinwollen. Okay. Interessant. Was? Es gibt so viele Bücher hier. Das für mich ist der Stirling-Test die Ethnik der künstlichen Intelligenz. Einige davon erkenne ich wieder. Hatte ich eine Bibliothek? Ich erinnere mich, dass nichts so gut war wie der Duft von Büchern und das Umplätten an einer Seite. Es war ein Gefühl fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Okay. Sorry, ich wollte eigentlich gerade sagen, wir hören mal anständige Musik, aber naja. Wir können ja mal von... Aber hier kommen wir doch auch nirgendwo durch. Nee. Ich kann doch nicht einfach da jetzt langlaufen. Das geht nicht. Oh, es geht doch. Haha. Okay. Hopp, hopp. Aha. Interessant. Oh, das ist geschlossen. Wie doof. Wie doof. Der scannt hier alles ab. Die beleuchten da alles. Ach ja, natürlich. Entschuldigung. Sorry. Wow. Was zur Hölle? Also der Plan ist auf jeden Fall gut, aber... Scheiß die Wand an. Der Meer ist kalt abgeschossen. Ich glaub's nicht. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Echt tolle Wurst. Ach, verdammt. Ärgert mich schon. Der Plan war gut. Okay, wo sind wir jetzt? Oh, wir müssen alles wieder neu machen. Okay, pass auf. Das machen wir jetzt hier easy peasy. So. Wir wissen, wie ja, wie es funktioniert. Von daher. So. Zack, zerab. Mahlzeit. Morgen. So. Grüezi miteinander. Achso, genau. Das war ja andersrum. Okay, wenn wir rennen, dann ist die Steuerung ein bisschen komisch. Aber wo soll ich mich denn verstecken? Hier? Jawohl. So, Grüezi. Wohohohoho. Ähm. Ähm. Ah. Haha. Nein. 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 Mach das doch nicht, Katze. Clem? Hm. Keine Spur von Clementine. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detektiv spielen müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Schau mal. Für B12 und die Katze. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und dann sind da noch vier Symbole. Es ist mit Clementine unterschrieben. Schau mal. Vier Sachen. Lava Lampe. Lava Lampe. Irgendein UFO. Okay. Lava Lampe. Hast du halt das gefunden? Ich sehe nichts. Bist du dir sicher? Nein, bin ich nicht. Aber die Lava Lampe. Junge. Die Lava Lampe auf jeden Fall. Irgendwas mit Blumen? Ah, hier. Der komische Rauchdingsmacher. Meine Saisonen können nur haben. Okay, genau wie ich könnte. Ich bin bei. Okay. So, zeig mir doch nochmal die... Achso. Entschuldigung. War mein Fehler. Gegenstand wechseln. Die Lava Lampe. Das Duftding. Dann irgendwelche Steine. Also suchen wir jetzt Steine. Mein Gott, wo hat denn die hier? Aha. Da ist auch eine Lava Lampe. Na komm schon. Hä? Ach, vielleicht sind es gar keine Steine. Vielleicht sind es... Können wir mal den... Hier ist eine Lava Lampe. Aha. Die Sägelsteine ist... Von durchstehen wir noch eine geringe Reinheit. Das ist vielleicht ein Schenk. Vielleicht dient er... Bingo. Da... Sie lautet... Ich bin... Vielleicht bei Blazer. So. Als nächstes war das... Ähm... Der Hinweis. Ach. Ja, ha. Sorry. Sieht aus wie... Ein UFO. Ein UFO. Ein UFO. Kommt in den... Okay, und jetzt zur Lava Lampe eigentlich, ne? Oder? Die Frage ist ja, ist das die richtige Lava Lampe? Was standen hier so viele rum? Ne, ich seh auch nichts. Ich hab mich aufs Spiel verlassen. So, hier ist überhaupt nichts. Die Lava Lampe kann nicht die richtige sein. Sonst hätte der uns das ja schon angezeigt. Hopp und hopp. Aber schön hat's es hier, ne? Aber hier ist nichts weiter. Alter, das ist laut. Das ist doch ne Lava Lampe gewesen, oder? Könnte auch... Gibt's nichts. Es ist ne Lava Lampe. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Aber so viele Lava Lampen gibt's doch hier gar nicht. Was? Ja, ich seh auch nichts. Aha. Ich hab kein Irgendwas zu sagen, aber es leuchtet irgendwie. Entschuldigung, dass ich rohle das war. Nachtclub. Balthazar und Nachtclub. Ich bin bei... Ach, bei Blazer. Komm in den Nachtclub. Alles klar. Alles klar.